Ja, hier kommt noch ein Video vom gespannten Cut. Oh man, oh man, oh man, ich hasse dieses Level. Boah, aber hier ist es bis dahin. Was hätte ich so bekommen, ist ein Phoenix-Checkpoint. Oh nein, nichts mehr. Puh. Oh. Oh. Ui, ich will weiter. Oh. Oh ne, ich glaube, den wäre siegwissen. Das war's mit dem Video. Over. Oh. Oh. Oh.